Was ist denn jetzt los? Halt, stehen bleiben. Taschen leeren. Micha, hast du geklaut? Nein, ich schwör's. Und was ist hier drin? Das sind meine Pokémon-Karten. Wir verkaufen auch Pokémon-Karten. Also, Micha. Aha, noch eingepackte Pokémon-Karten. Das sind wirklich meine. Wieso klaust du? Rede ich Spanisch oder was? Die gehören mir. Es sind klare Beweise. Ja, genau. Ich hab ja auch immer ein Paketband dabei. Hm, das stimmt. Sie waren ja noch eingepackt. Sag ich doch. Hm, also dann waren's seine. Ja, ja. Ihr dürft gehen. Na, gerettet hab ich dich. Beschuldigt hast du mich. Das war keine Hilfe. Hey, schnell hinterher. Das muss er schon selber regeln. Ich geh jetzt heimzocken. Haltet ihn. Micha, was soll das? Das gibt zwei Wochen Nachsitzen. Mir scheißegal. Der hat mir meine Pokémon-Karten geklaut. Ach so. Bei Pokémon-Karten hört natürlich der Spaß auf. Schnell hinterher. Na, dann komm. Nee, nee. Rennen ist nichts für mich. Oh Mann, dann tschüdelü. Nachsitzen musst du aber trotzdem. Bleib stehen. Oh Mann.